Das ändern wir. Ich hatte gerade so einen richtigen Spasten da drin. Spiele ich so duos, weißt du? Kommt da so ein Wichser rein? Man hört den gar nicht, aber guckt sich erstmal schön den Skin an. Bewirft mich dauernd mit irgendwelchen Dingern zum Anzünden. Habe ich extra gewartet bis er in so einem Raum ist, wo er nicht weglaufen kann. Und da habe ich auch was hingeht müssen. Direkter Tod für ihn, schade. Hier Laura, für dich. Und noch einen. Und noch einen. Und noch einen. Jetzt reicht aber. Ich hoffe, du bist langweilig. Ich kann nichts reden. Nichts tanzen. Wir warten darauf, dass ihr beide bereit macht. Oder nicht. Ach keine Ahnung, haben die anderen bereit? Tatsache. Laura, mach bereit. Sie redet ja auch anscheinend nicht. Nee. Sie redet nicht mit jedem. Ich schreib hier grad mit ihr. Sie schreibt mir, sie hat keine Lust. Ach Junge, da bist du einmal mit wem du jetzt in der Gruppe und dann redest du nicht. Oder wie? Ich schwörs dir. Er hat sich so auf dich gefreut. Aber hallo. Ich hab schon andere gedacht, dass du es wärst. Das war leider Enttäuschung. Alles klar bei mir. Fehler kreativ modus blablabla. Die Lobe müssen auf dich warten. Sie schreibt sich's gerade erst aufgestanden. Ja und? Ich bin auch vorhin erst aufgestanden. Soll ich mich zu dir legen? Dann kannst du, dann brauchst du gar nicht mehr aufstehen. Mann, Memo. Dennis war's dagegen. Warum Dennis? Weil er sich freund ist. Ach Dennis. Alles gut. Brüderlich teilen, du weißt. Es dauert umso länger mit dem Laden. Ja. Nee, ich mach jemand anderes. Mach's los. Ey. Falls Laura dir was schreibt, sag ihr. Das ist nur Gag. Ja, das weiß ich ja. Ja, das sollte sie eigentlich wissen von mir. Ich wollt grad sagen. Ich überleg grad welchen Skin ich mir holen soll. Kannst du mir was gönnen, danke. Was soll ich dir denn gönnen? Den Arschtritt-Emote nicht oder was? Ja. Kannst du mal gönnen. Nicht bereit. Ich hab nur Probleme mit den Kindern hier. Ja. Immer nur Probleme. Äh, eigentlich sind wir glaub ich nur zwei Kinder. Und was heißt die Kinder? Oder eher gesagt nicht Kinder sagen, Jugendliche oder wie auch immer. Also ich denke mal es gibt zwei Minderjährige sagen was so. Minderjährige sagen was so. Ich würd jetzt auf Lou und Tommy tippen. Jetzt warte mal. Sie sind gerade in der Trotzphase. Obwohl, ich weiß nicht ob gehört Laura vielleicht auch noch dazu. Wer weiß. Keine Ahnung. Pass auf, da kommt jetzt gleich irgendein Spruch. Nein. Achja. Hoch. Bist du doch live, Krabat? Ja. Ich hab den grad angemacht. Wurde man mir auch gerade angezeigt, dass der live ist. Mann, Krabat. Ja, mir wird's grad auch angezeigt. Ehrenmänner und Frauen. Erstmal hier Post-Benachrichtigungen an oder wie? Komm, wir machen ja, ich mach ne neue Gruppe auf. Ich glaube, jeder der dich abonniert oder sonstigen Scheiß wird irgendwie angeklingelt. Ja, ich mach mal ne neue Gruppe auf. Ich lad dann euch rein. Topedo. Es ist echt ein Netzwerk, Freunde. Guck mal, ich kann Laura dazu bringen, dass sie das macht was ich will. Laura macht nichts. Gut gemacht Laura. Perfekt. Boah, das ist jetzt sehr krass. Ja, Mann. Mach das erstmal nach. Laura, tanzt mal bitte für mich. Guck, macht sie auch nicht. Auch bitte nicht im Strip. Warum nicht? Sehen wir eh von viel. Also dann geht's aber los hier. Ja, okay, ich kann die anderen nicht einladen. Irgendwie gerade. Lade Cover dein, den musst du dir alle haben. Ich hab alle. Ja, ich hab dich eingeladen. Hallo Saskia. Alter, was geht denn hier? Party, du bist zu einer Party eingeladen. Ich wurde nicht eingeladen. Weißte. Dann laden wir dich halt eben. Ach, warte. Ich mach ne neue Gruppe. Ja, mach du. Das sind Männer. Ich hab dich alle. Ich hab dich alle in meiner Freundschaft. Es ist toll. Bei mir geht das viel schneller. Es wird fast Remoray getreten wieder. So, stimmt. Tommi hat nicht. Wieso musst du gleich öffnen? Dann. Ja, aber warum konnte ich die anderen dann einladen? Nee, das hab ich aber auch manchmal. Du lädst mich ein und ich komm nicht rein. Jetzt ist sie offentli... Öffentlich. Offentlich. Offentlich. Beste. Jetzt seh ich dich auch. Deutsch. Und ich dachte ich wär der Ausländer. Ja, der heißt aber Tommi oder nicht? Kann der nicht einfach nachjoinen? Nicht so die schnellsten heute. Die haben alle noch einen Kater. Dann sind sie auch von Gaston. Ja, du nicht. Bei dir kommt der Kater von was anderem. Naja, ich hab ne gute Medizin für einen Kater gehabt. Einfach weiter getrunken. Ja. Ich wollte dich bereit machen. Warte mal. Warte mal. Vorgeschlagene vorherige. Freund hinzufügen. Tommi akzeptiert keine Freundschaftsanfragen. Toll. Das Ding. Boah. Eher schon. Ja. 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 Das sind Drogen. Wieso bin ich eigentlich der einzige Oginoskin hier? Einziger Oginoskin hier. Ähm. Das ist kein Oginoskin. Das sind nur die meinen Oginoskin. Ach nein. Er ist ein Oginoskin. Ja. Das war ja auch nur ein Späßchen. Hä? Schon gut. So jetzt können wir. Jetzt können wir starten. Jetzt passt doch doch. Ja. Ja. Der hat wahrscheinlich den halben Laden gekauft und leider getrunken. Naja. Bei uns hätte man das machen können. Wir hatten glaube ich 16 Flaschen Wodka. 2 Flaschen Jack Daniels. Dann glaube ich 4 Flaschen Jägermeister. Und jetzt haben wir noch 2 Flaschen Wodka. Und wir waren 4 Personen. Zusammen mit 22 Gramm Gras. Die jetzt auch wechseln. Und das an einer Nacht. Weißt du Laura das erste Mal direkt wieder dabei. Hier am zocken und so ne. Und macht direkt Stress. Mann 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 Mann. Geht ihr nicht zu schnell. Sag mal. Wie es geht ihr zu schnell. Es geht ihr nicht zu schnell. Ja. Geht ihr zu langsam so. Soll nicht so rumstressen. Wir können auch nicht schnell sein. Wir sind auch nicht gerade die Jüngsten. Wieso hat jeder diesen Tanz außer ich Mann. Der ist so geil. Welchen Tanz meins den. Keine Ahnung der will so. Ich hab irgendwie das auch auf 4 gedrückt. Dieser Anno Mimo oder was auch immer. Na ich feier den nicht so. Ja ich hab den namentlichen Kontakt. Ja ich hab doch die Map schon reingemacht. Leute was ist falsch bei euch. Kommt doch alle. Hier. Hier. Wer ist der Rentierskin. Das ist die genau gleiche gefunden. Das letzte Mal. Dann ist es das. Das ist aber Trio. Nein. Ich müsste das sein. Wieso dreht sich immer auf jemanden drauf. Das müsste safe sein. Ok Laura. Ich weiß bescheid. Ich geh mit Krawatte in einer Runde. Nameless muss zusammenhalten Kollege. Ja normal. Nameless gehört immer zusammen. Ach stimmt. Jetzt ist mein Kopf ja wieder dran. Und Wemo wird alleine. Gib mir ne Sniper. Ich muss Wemo snipen. Ja eben. Ich suche gerade irgendwas mit der Gegenarbeit. Ich glaub ich hab hier nichts. Oh nicht diese Luftdinger man. Ich kann damit nicht umgehen. Oder doch hier. Nimm die bloß die Sniper weg. Ich hab einen Minis dabei. Ich hab einen Minis dabei. Also erstmal gucken wir mal wo Wemo in welchem Team ist. Team 1. Ja und wir machen ohne. Ich bin in. Ich bin zwar im. Roten Dings aber okay. Du bist in der roten Box. Irgendeine Einzelperson ist im 1 dran. Wir machen ohne runterschießen. Ja. Doch. Wer auch immer mich gerade runter geschossen hat. Das war uns. Wer auch immer mich gerade runter geschossen hat. Das war nicht mehr. Das weiß ich. Aber ich kann ihnen ja schlecht sagen wo ich bin. Ich bin ja nicht dumm. Ich auch nicht. 290. 290. Warte mal. Du warst nicht da oben. Ich dachte du wirst das Rehntier. Ja ich war auch oben. Aber ich hab dich von Wonders gesniped. Guck im Stream dann weißt du von wo ich dich gesniped hab. Ja ich stream was selber deswegen. Ist das ein bisschen schwierig. Hey nein da war noch ein zweites Rehntier glaub ich. Das ist Lou. Ach Lou ist auch ein Rehntier mich. Nein. Ich bin ja verwirrt. Lou snipet ihn aber die ganze Zeit. Wieso eigentlich? Lou! Junge Alter ich bin grad voll weird. Ich auch. auch gerade. Lou kriegt irgendwo Cabelsick. Ich krieg dauerhaften Sniper von überall ab. Einer schießt mich runter. Wer auch immer das war. Ich bin grad voll weird mit dem Bauen. Ich wusste. Lou hat dich aber die ganze Zeit gesniped. Ja ich weiß. Aber irgendwer hat mich runter geschossen. Ja das war der Leon. Ich hab nen 60er Fallschaden nämlich bekommen. Junge weißt du. Marcy lädt mich die ganze Zeit ein ne. Ich schick ihm eine Einladung. Und er kommt nicht rein oder wie. Bin ich vorhin auch nicht. Ich brauch ne Snipe. Oh. Du arme Sacke. Ey. Zeiger gib mir ne Sniper. Du Geier. Wieso kriegst du eigentlich immer ne Sniper? Ich brauch auch eine. Ich kann besser snipen. Ich muss doch Wemo töten. Ich will auch Wemo töten. Warum wollt was? Weil man hatte keinen anderen Mobius. Nein. Ich muss doch nach unten hin. Wir müssen den auch in ne Party einladen. Was gibt es denn hier in Blue Trap? Ah doch, so ein paar Impulse-Nades Die Brücke werden wahrscheinlich Ja, danke Tiger, mit wem feitest du? Ich glaube, das war nicht so intelligent Hm, was war nicht so intelligent? Äh Ich weiß nicht, wo der hin ist Anonym hat sich nicht mehr künzern Hab sowas von weit raus teleportiert Er ist hier unten bei mir Naja Und dann so ekelhaft mit der MP Weißt du Wer ist denn das jetzt eigentlich? Wer ist anonym eigentlich? Wieso ist der Anonym auf anonym gestellt? Aber man merkt, du bist auch nicht eingespielt, oder? Nö Nö Ja, warum? Das klappt schon Ach Junge Ja Die war jetzt eigentlich so stark Oh, das war geil Moin Timo Moin Timo, Timo Stabil Hä? Ist jemand da gerade übergetreten? Nein Also Timo ist bei mir im Stream Ah Ah ja Was machst du eigentlich schon da? Ach der Pilz Wo gehen wir hin? Wo gehen wir hin? Wir gehen wieder hier in blau, ne? Laura kann ruhig mitkommen Laura komm in blau Laura komm in blau Bitte erlass mal ne normale Ich bin so ein Arsch Ähm, ich glaub sie braucht auch noch Waffen Würde ich sagen So und so Das kann sie mitnehmen Dann kannst du hier noch Waffen mitnehmen Krabbert Ich brauch nicht mal hingucken, was du lesen Das warst du, ne? Nein Nein Ich wusste nicht Nein Ich glaub ich muss meine Taktik ändern Du darfst nicht immer rausgucken Ich wusste nur das Ich wusste mal komplett daraus Ich wusste nicht Er Ich warte auf Ich wusste nicht Wir gehen Wie die alle auf der Haucher-Sprayen, sagt mal, was ist denn mit euch? Tiger, wir haben nur noch einen, oder keinen, oder keinen, oder keinen, aus dem einen, oder keinen, oder keinen, oder keinen sagen? Ja, würde ja auch immer sagen. Ah, ich komme dann wieder in meinen Innenheimdrehen. Ich muss mal ein bisschen warm werden hier. Okay, bauen, ja, okay. Ich muss auch noch ein bisschen editieren, kann ich halt nur noch. Ich darf nur nicht in den Bau-Fight mit Marcy, weil da sind die Mets schneller weg, als wir gucken können. Warte, wer ist jetzt in Blau rein? Ich? wer sonst ok ja ok ich brauche eigentlich auch so eine pump Leon warte wer war hinter mir krabbert das war doch mal nicht krabbert das war so dumm wer hat mir gerade meinen kill geklaut ich war es ach das war ein dann hat jemand fische für mich ach schon wieder er krabbert du machst das jetzt habe ich gehört ja wird schwer ne ich habe gehört du machst das jetzt bist du ganz tot ja ne ja ich bin ganz tot weil da eine mich mit der P90 noch ein bisschen angeschossen hat muss ich sagen aber weh ihr pusht zu zweit ne das wäre maximal ehrenlos warte also als ob echt ja ok laura ist noch da laura müsste sich mal bewegen ach stimmt marcy lebt ja auch noch also ach ihr seid zu dritt drei gute also eine warte drei gute drei oh k ok wie unfair ist das denn also heißt es auch staff asozial spielen was sagst du krabbert ja was soll ich machen alter ich weiß dass wenn marcy hochgepusht kommt ja wenn marcy hochgepusht kommt dann ist eh vorbei heavy nein denke ich eher nicht je nachdem du kannst doch einen genau so schnell bauen wie ich ja solange die nicht beide kommen ist mir das scheißegal glück gehabt glück gehabt sorry marcy ich hatte leider nur die aufladbare ja ich glaube marcy ist noch nicht eingespielt also wie mich ich nicht Ja, das ist auch gut. Jetzt! Oh mein Tja, Junge Ach, nach 20 Jahren kommst du auch mal rein Moin Marci Nach 20 Jahren, oder? Fillerfond, 8, 2, irgendwas Dann noch Niklas Ey, wo bist du? Komm, komm Marci, kommst du mit bei uns rein, genau Ach, wie? Ach, wie? Das ist einfach nicht uns, oder wie? Jutta, hast du denn überhaupt was zu sagen? Ne, ich fass Ne, tu leid, mach Spaß Äh, ich hab keinen Sniper, oder wie? Er heißt nicht Leon, er ist immer noch Tommi, hallo Tommi Doch, doch, er heißt Tommi, ne? Für mich heißt er auch Tommi Siehst du? Ne, für dich heißt er auch Tommi Oh, gleich erstmal weg ist, Digga, ich hoffe die haben offen heute ich habe auch ein auto warum nicht ich kann auch gehen wir sind wir sind auch noch zu zweit wir nehmen wehmann mal auf ok nein wir müssen mal ein paar teams machen so langsam sonst ist das echt scheiße es gehört zusammen ja 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 heimlich spielt so als gar keine lust auf mich hab dich angeladen okay danke ehrenmann nee ich geh doch bei wem man rein ich geh auch nicht bei dir rein ich geh bei wem rein da macht sehr spaß heute kommt der schwarze mal mit einem kleinen extra mit einer schwarzen ja mann ey wemo so langsam ne du solltest vielleicht nicht immer nach gelb gehen ist ein argument für dich ich hab ja schon gesagt ich glaube ich sollte meine technik ändern hast du aber noch nicht vielleicht gehst du einfach zwei fragen gleichzeitig ein tolle idee denke ich auch ach klar wieder ich musste ich gerade doch nein weil ich bin ich vielleicht ist man nicht so mit den 90s hier nein ich gucke wirklich zu hat sie recht nicht runterfallen oh no oh no der tiger hat doch noch irgendwas zum heal nicht richtig nein es nicht wahr digga sie wird gerade auf bauts fettiger gebaut über krawat ich bin über die ich habe ich kacke ab ja wie wir halt wie sie halt direkt kommt zum finnischen ja ja was soll ich machen alter wie die geier stecken das ist halt typisch ja ja luisa die kommt immer von einer ritze der gar nicht geht die sich einfach wie ein wurm es ist ja auch der wohnen ein wurm die gestern sehr viel alkohol getrunken hat mein color weg von blau nein ich bin die ganze zeit schon hier guck immer guck in meinem stream zeigen die ganze zeit blau dann spielen wir gleich gebannt werde ich alle haupt nehmen er kriegt das verdient über das ich meine es ist noch niemand schlicht dass er mal looten ach wem wo es war diesmal nicht team 1 gehören ach da geht es ihm zwei erst ihm zwei gegangen und diesmal hat er sogar direkt was gebaut ja die sind einfach lost ey ich rifte nicht, ich wollte eigentlich nicht besniperten oh wer hat gerade 12 an der Luft bekommen von mir das ist richtig schlecht nein spaß, du bist die beste hier wie viel mäßig denn was wir wirklich in der verbraucht wieso habe ich dich nicht gehört das weiß ich nicht apropos luisa ich habe ich habe ich habe mehr fischer als du also überlebe ich unten am ende länger als du ne ich habe mehr fischer als du oh du bist bei mir rum ey bitte mich nicht angreifen ich habe gerade einen 250er bringen und greift die blut an wie viele fische hast du hast du mehr als 5 oder weniger als 5 mehr als 10 oder weniger als 10 ich habe ja auch mehr überall gelootet übrigens ist nicht wie viele fische hast du warum nicht leute wie viel aber wie viel fische hast du noch ich habe 5 ich habe noch 3 ich habe 6 fische Alter aber du hast jetzt nur nach fische gefragt ich ab wie sie w was ok ja sie ich ja j j j Ja, das war meiner gebaut, Digga. Ach! Ja, Miral. Ey, Niklas! Niklas! Ja, ich muss das mal hier in Krabat. Ja! Fehlst du mich auch? Ja, ich muss das mal nachmachen. Das war gerade so... Das war gerade krärenlos. Ich schieße auf Marcy, Marcy fast down und dann kommt auch einmal Lou. Ja, Mensch, ich hab halt mehr Fische gehabt als du. Guck dir das an, ich hab 422 Schaden gemacht. Leute, Christi hat mich eingeladen, die wir wahrscheinlich mitmachen, oder? Warte, ich schreib die mal an. Ach, die Christi, die darf immer mitmachen. Aber wir müssen aber alle ins Spielshed gehen. Ja. Ja, auch wegen Tommi. Tommi heißt er. Oder ich geh da mal rein und guck, was die machen. Na, Krabat bloß nicht, welche Farbe? Ja, ich hab' auch noch mal auf. Le, 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 le. Oh, ich haf' so diese. Gibst du mir wirklich einen Bounce Pad? Das ist jetzt auch nix. Mit eins. Wemo holt er auf A4. Junge. Boah, ich hab's g... Das Ding ist, ich geb Wemo immer ein Headdy. Wenn er aus der Box kommt, der piekt einmal ganz kurz. Zack, Headdy down. Ja, das nervt deswegen. Deswegen ist er erstmal auf Team 4 gegangen. Ach, dann gehen wir mal vier pushen, oder? Du bleibst gefälligst von mir weg. Mach nix, da kommt schon ein anderer pushen. Ach, nö. Euer fucking Hans. Nein. Rauch du von der Art, kommt gut von hinten. Hast du sie wenigstens gefinisht? Nee, hab ich nicht. Das ist so ehrenlos. Das finde ich nicht. Aber hast du irgendwas... Ey, warte, hast du noch irgendwas zum Heal? Äh... So Blue Life oder so? Nee, nur für normale Flopper. Weil ich hab' nothing. Weil ich hab' nothing. Weil ich hab' nothing. Ach, nein. Ach komm, lass du jetzt sicher falsch halten. Oha, als ob er nicht der Letzte war. Ich bin runtergefallen. Wer war jetzt der Letzte eigentlich gerade? Marcy. Bestige Fußball-Skill. Toll, ich dachte, der wäre schon raus. Och, Marcy. Komm, Marcy, wir beide mal zusammen. Oha. Jetzt lässt du mich alleine. Komm, Lu. Dann wir beide. Marcy, hier bin ich. Hier. Hier, vor dir her. Ja. Dann Leon, komm zu uns. Komm. Ja, toll. Laura kann auch gerne zu uns. Nee, ja, die Laura kannst du mir. Laura. Ins Verlierer-Team diesmal. Ja, das werden wir gleich sehen. Laura. Ich hoffe, sie sind alle nicht optimal. Ich hab' mich selbst eliminiert. Was für ne Tech hast... äh, was für ne Pump hast du? Was für ne Pump hast du? Ich hab' die einzige Skling alleine bekommen. Das ist so ekelhaft jetzt, ne? Wemo ist Team 1. Lila. Wo ist denn Wemo? Wieso weißt du, dass ich ein Lila bin? Oha, Lu. Lu, alter. Das war zu close. Ja, der eine kommt schon. Ja, der eine kommt schon. Ich hab' Angst, dass das rumleckt bei mir und ich dann daran verrecke. Ich hab' versucht das jetzt bei dir. Ich hab' versucht das jetzt bei dir. Ich hab' versucht das jetzt bei dir. Da. Da kommt Wemo. Diesmal nicht, mein Freund. Was musst du machen? Auf TikTok oder was? Na ja, wär' auch gruselig, wenn du deine Mutter auf TikTok hättest. Wieso musst du... Wieso muss der Vogel da oben sein? Damit du was zu fragen hast. Das ist so nervig. Ich klicke voll die Anfahrt hatten hier. Okay, da geht's mir hin. Masjah... Masjah hat auf einmal Fußball-Skin geändert. Schon da, ja. Du hast bei mir einen anderen Stil auf einmal. Ich hab' Angst, mich selber runterzuschießen gleich. Ich weiß ja. Was? Einfach hinterher. Das ist doch nicht dein Ernst. Was hab' ich davon? So klasse, dass du dich gehen kannst. Ja. Na, richtig scheiß logisch. Masjah, warum willst du nicht runterbauen? Ja. Wie viel Sturmgewehr Muni hast du noch? Scheiße. Muni... Wollteil, Polbalkar, Polbalkar Mutieren wie 간in Grupp doch egal der verreckt am Zona rein ja, weil auf einmal dann so eine Wand vor mir steht und ich hab voll verengt, ich müsste in meine Tech nachfahren das geht nicht du warst das ja doch, ich und Marci waren das wir waren die Einzelsten ich bin in die nächste, es rappelt in die Kiste nein, nein, diesmal nicht Kabat, verpiss dich rein da Kabat, ich weiß wer du bist rein da rein da komm, komm Wemo, komm nein, bestimmt nicht nein, dann sind wir in einem Team, dann kann ich dich nicht töten das ist aber der Punkt ich will dir unbedingt den Kopf zu verpassen das ist doch vorher chrysalen von mir so ist das irgendwo das ist leider meistens so, aber trotzdem versuch mal klug, du weißt doch nein, Marci Marci, willst du mitkommen? andere pro Box das ist doch nicht dein Ernst jetzt das ist doch nicht dein Ernst jetzt ich will ne Sniper haben ja, ich hab aber keine Marci, Marci, hier und ich hab auch hoch Junge Junge äh, fuck fuck fuck, rabat das ist bei mir normal aber es ist ja nicht nur einer von zwei ja, Lu und ich sind rum wo sind die? da will dich einer nicht loslassen da will dich einer nicht loslassen meine Schwester meine Schwester ist die die sind die die Okay. Ich mach's die Dubuys über mir, ne? Ah, er ist one schon, er ist one! Sorry Tiger. Aber so langsam wird das langweilig. Äh.